So, Hallihallo, Herzlich Willkommen wieder, schön, dass ihr alle dabei seid, über Zoom und oder über Facebook. Wir haben heute wieder Powerpump und wir starten gleich mal kurz mit der Erklärung für eure Lebensstunde, ihr dürft. Wir haben reingeschmackt, wollen wir das Ganze machen. Dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, einfach wenn ihr keine lange Hattel habt, so wie ich es hier gelegt habe, oder keine gewichtige Hattel oder Kurzhattel, habt ihr die Möglichkeit, einfach mit einem Rucksack zu arbeiten. Ob du jetzt einen Rucksack hast oder zwei oder drei, die dir vorbereitet hast, die unterschiedlich schwer sind, das ist dir überlassen, das ist vollkommen in Ordnung. Das machst du einfach so, wie es dir dann gefällt. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einfach mal so eine Reutel vorbereitet, so eine kleine Rackle und die habe ich jetzt unterschiedlich schwer. Zum Beispiel haben wir hier 10 Kilogramm und 2 mal 50 Kilogramm. Aber wie gesagt, das kannst du auch alles mit einem machen. Oder du machst die Stunde wie gewohnt mit der langen Hattel bzw. mit der Kurzhandel. Das ist auch möglich. Also es ist nicht so, dass du jetzt unbedingt einen Rucksack nehmen musst, sondern du darfst einen Rucksack nutzen. Genau. Das war es eigentlich schon zum Equipment. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und machen uns jetzt kurz warm. Der eine oder andere hat vielleicht schon das Warm-up in der Stunde vom Jahreslauf mitgemacht. Vielen Dank dafür, dass ihr schon so warm gearbeitet habt, weil jetzt kommt dann die richtige Edge. Aber trotzdem für diejenigen, die jetzt erst der Leute zugekommen sind, wir machen uns noch mal kurz warm. Es dauert ungefähr 60 Minuten und dann starten wir die verschiedene Blöcke. Ein Block dauert heute, ich glaube, 5 Minuten. Ja, ich glaube 5 Minuten und wir haben eine 60 Sekunden Pause. Genau. Okay. Ich starte die Musik und dann legen wir uns schon los. So. Hopp. An. Musik. Yah, was man sieht. Okay. Ihr habt die Arme schön mit. Jawohl. Die andere Stimme, die unten ist der Beine. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Hopp. Und fünf. Vier, neun, zwei. Zieh das Bein richtig nach oben. Stimme, hoch die Knie. Schön auf die Knie. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Und fünf, vier, drei, drei, drei. Dann vier, genau nach vorne. Rechter Hand, linker Hand. Fuß, linker Hand. Rechter Fuß. Hopp, hopp, hopp. Mach dich schön lang. Steck dich. Steck dich. Hopp, 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 hopp. Jawohl, hopp. Fünf, vier, drei, zwei. Dann noch vorne. Hopp, 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 hopp. Ja, mal steck dich. Weck dich. Jetzt, vier, lang. Hopp, hopp. Und hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Vier, neun. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und fünf, vier, drei, zwei, zwei. Wir steigen. Hup, hup, hup. Also, eine Hand. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön, hopp. Oberkörper links, mit rein. Hopp, 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 hopp. Hup, hopp, hopp, hopp. Hup, hopp, hopp. Und fünf, vier, drei, zwei. Hoch, vier, drei, zwei. Hoch, vier, vor, vor. Auf die Hand steigen. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Zieh die beiden jetzt mit anderen auf der einen Seite. Die schlägt. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Hoch, hopp, hopp, hopp. Hier alle. Gem, gem, hopp, 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 hopp. Fünf, vier, drei, zwei. Einfach raus in den Volksgeladen. Riesenbrech zum Wechsel. Hoch, hopp, 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 hopp. Jawohl, kommp. Mach dich schön anstrengendig, strengendig. Hoch, hopp, 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 hopp. Hoch, hopp, 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 hopp. Und dann, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wir haben viermal zum Fuß. Linke Hand, rechts Knie. Rechte Hand, links Knie. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Passt. Hoch, hopp, 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 hopp. Sieben, tief, 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 tief. Sehr gut. Hoch, hopp, 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 hopp. Und fünf, vier, drei, zwei. Beine Hände ziehen hoch. Hoch, 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 hoch. Beine Hände ziehen hoch. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Und fünf, vier, drei, zwei. Nimm das Knie. Hopp, ja, hopp. Knie, Knie. Rechte. Stopp, hopp, 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 hopp. Und Knie. 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 Werden wir? Hopp, 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 hopp. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Fünf, vier, drei, zwei, zwei. Jump and check. Jawohl. Out, two, out, two. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Yeah, right. Out, two, out, two. Go, hopp, 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 hopp. Auf, two, out, two, out, two. Hopp, 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 hopp. Sehr schön, hopp, hopp. Fünf, vier, drei, drei, zwei. Und ich gebe dir ins. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2,jump check 5 Fünf, vier, drei, drei, noch ein bisschen weh, jawoll. Komm, 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 komm. Und sieben, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, neun, zwei, auch zwei, sehr schön. Okay, dann atme durch. Wir haben heute 6 Minuten, 6 Minuten Blöcke, wir kommen an mit den Beinen, so mit den Beinen. So, normalerweise, also die Leinhandel oder den Rucksack, den wir schon vorbereitet haben. Einen und oder auch hier mehr, wie wir das gehen durch. Füße jetzt vorne mit einem Rucksack. Ja, und wie es geht, fangen wir an mit den Beinen, mit den Rucksack vorne und vorne groß. So, wir kommen tief, vorne hoch, zieh, fangen wir an mit dem Spot, genau. Tief und hoch, sehr schön, und hier, drei, zwei, gleich, zieh und wir halten. Versuch das Gesicht schön weit oben zu halten, wir würden so gerade bleiben. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm nach vorne, wir wollen gleich in den Rucksack. Kommt hier nach hinten, wenn wir jetzt hier etwas mehr schulterbreit, kommen tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Tief und hoch, tief, hoch, tief, hoch und tief, hoch, tief, hoch und tief. Echt, drei, zwei, die Rucksack wieder nach oben mit den Rucksack. Tief und wir halten. Nochmal, zehn, noch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Lungen nach oben, greifen wir wieder oben. Komm, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, fünf, vier, drei, zwei. Komm, wieder nach oben und wieder tief. Und wir halten, zehn, noch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Komm, noch oben, wieder tief, langsam, fünf, vier, drei, zwei. Halte, fünf, vier, drei, zwei, auf, fünf, vier, drei, zwei, und tief. Fünf, vier, drei, zwei. Tief, hoch, fünf, vier, drei, zwei, und tief. Viertens! 2! 4! 3! 2! Hier sind wir wieder ganz in die Kugel. 4! 2! Halte! 5, 4, 2, 2, hoch, die 5, 4, 3, 2, und die 5, 4, 3, 2, halte den 5, 4, 3, 2, hoch, die 5, 4, 3, 2, in Ordnung von einem Ausgangsschnitt, wir bleiben in den Muppsack, ich komme, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, ja, morgens, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, Hüseyin Drei, zwei, nachrollen, beide Nächste, ja, und tief, hoch, tief, hier schön, stopp, wir sind weiter hin, wieder hoch zum Neigen, tief, hoch, tief, hoch, tief, und tief, hoch, 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 tief, 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 tief 5, 4, 3, 2, kommen wir nach oben, zu Squat, und wir untersorgen ein bisschen in einer Hand. Okay, wir kommen in tief, hoch, tief, hoch, herauf. Komm, tief, hoch, 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 tief, 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 tief. Halt, 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 H Hast du das immer gemacht? So. Okay, ganz stark, ganz stark. Schauen wir mal wieder eine kurze Pause. Wir machen weiter wieder Brustmuskulatur auf dem Brett, auf der Matte. In der Rückenlage. Wenn du einen Rucksack hast, zeig ich dir gleich, wie es geht. Wenn du zwei hast, geht das Ganze auch wieder vorhand. Oder nach wie vor die Lagen anzuschauen, okay? Los geht's wieder. Musik geht wieder lauter. So. Okay. Fünf. Vier. So. So. Wir kommen an. Einen Rucksack. In der Position. Schön gelegt. Vor dem Brett. Kommt rein. Setzen. Fünf. Vier. Drei. 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 Zwei. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Wir gehen nach links. So weit es geht. Kommt wieder rüber zur Mitte. Wir gehen nach rechts. So weit es geht. Und zur Mitte. So langsam tief. Tief. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Haltet. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Fünf. Vier. Zwei. Wir gehen nach links. Jawohl. So weit es geht. Die Arten sind gestreckt. Dann kommst du wieder zurück. Wir Bauchstaben dabei halten. Wir gehen nach rechts. Tief. Auch hier so weit es geht. Und wieder zurück. Jawohl. Dann kommst du tief. 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 Tie. Ho. Tie. Ho. Tie. Ho. Tie. Hörst du. Tie. Tie. Ho. Tie. Ho. Tie. Ho. Tie. Ho. Tie. Tief. Vier. Drei. Zwei. Kleine oben. Die anderen bleiben nicht schlecht, sie kommen nicht schlecht, üben die Kostplanker tief, 4, 3, 2, und wieder hoch, 4, 3, 2, und tief, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, und tief, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, tief, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, tief, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, schieb, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, und wieder eine Probe, dann tief, 5, 4, 3, 2, halte, 5, 4, 3, 2, hoch, 5, 4, 3, 2, tief, 5, 4, 3, 2, halte, 5, 4, 3, 2, hoch, 5, 4, 3, 2, tief, 5, 4, 3, 2, halte, 5, Fünf, vier, drei, zwei, oben, fünf, vier, drei, zwei, acht, noch und gehen mit gestreckt, über den Kopf tief, ich bleibe etwas länger, also sieben, acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und hoch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, noch und tief. Sieben, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und hoch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, sieben, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und wir bleiben. Oder wechseln, wir können an zwei kleine einzelne, und wir bleiben bei deinem Rucksack, wir können es auch wechseln, an zwei Scheiben, mit einer kurzen Handel. Los teams, wir sind auf der G, D, 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 Linh, c, 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 C. Sieben, hoch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Komm noch oben, wir öffnen die Hände zur Seite, kommen nachher tief. Wir halten sie noch, 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 acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Komm noch oben, nachher tief, fünf, vier, drei, zwei, zwei, einen, fünf. Fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, jawohl, okay. Komm noch auf meine Liegestützposition. Der Wunserkirchen auf den Rücken. Jawohl, Liegestützposition, und los geht's, wir kommen tief. Tief, fünf, vier, drei, zwei, halb, fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, tief. Tief, fünf, vier, drei, zwei, halb, fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, tief. Tief, fünf, vier, drei, zwei, und zwei. Tief, fünf, vier, drei, zwei, halb, fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, und zwei. Jawohl. Sehr schön. Okay. Super gemacht, im nächsten Block. Jetzt für den Rücken, musst du damit schon rücken. Wahlweise wieder Langhandentscheide, oder die Einzelentscheide, müssen wir jetzt vorbereitet haben. Für den Hubsen, okay, machen wir einen, wir sagen, es geht von an. Sehr. Linken schluckt, 30 Sekunden, geht's wieder los. Okay. Für den nächsten, immer ungefähr, Hüftepreiterstand. Als erstes Hüftepreiterstand. Für die nächste, wieder unten. Da haltet die stolze Brust, wenn du nicht kommst, dann halt die stolze Brust dabei. Okay. Los geht's, die Hände jetzt nach oben. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Jawohl. Komm. Und hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Jawohl. Sehr gut, das ist die sogenannte Rückenzeit-Springen. Ja. Genau. Zu heißen. Hoch, tief. Tief, hoch, tief. Hoch, tief. Tief, hoch. Tief, hoch. Und hoch. Und hoch. Ja, noch mal, noch mal, noch mal. Tief, durch. Und noch mal, noch mal. Hopp. Und fünf. Vier. Ja, weiter. Zwei. Daher, tief. Tief. Der Rücken ist gerade. Wir ruhen nach oben. Mal, da weiß ich ja nicht, wie viel ist, wo die ganze Boxer gestanden. Zieh die Arme nach oben. Hoch. Und gehalten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Tief, hoch. Tief, hoch. So, sieben, hoch, sieben, hoch, sieben, hoch, sieben, tief, 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 werdet ihr? So, und dann, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. So, und noch hoch, und landen, sieben, fünf, vier, drei, zwei, halten, fünf, vier, drei, drei, hohe, fünf, vier, drei, 1, 2, tief. 5, 4, 3, 2, halten. 5, 4, 3, 2, hoch. 5, 4, 3, 2, hoch. 5, 4, 3, 2, halten. halte, 5, 4, 3, 3, und 5, 4, 2, 2, und 7, 5, 4, 2, 3, halte, 5, 4, 3, 2, und so, 5, 4, 3, wir stehen wieder, kommt mal gut, mit, und hoch! Höre und hoch! 1. 7. 5. 5. 5. 6. 7. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 7. 3. 2. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,mau Hop, 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 tief hoch, tief hoch, tief hoch, tief hoch Hop, 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 hop 5, 10, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 das ins Rollhen match. 3, 5, 3, 5, Drei, 7, uch, um 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2. Schauen wir uns auf die Kippe hin. Schön achten, ob man so schön weit oben ist. Die Knie bleibt durchgestreckt. Was kommt vorne hin? Verbeugst du dich stolz und groß? Komm nach vorne. Dann wird die Knie wieder los. Knie durchgestreckt. Rückenplätze gerade. Ockenverdrehen. Um zu der Säule. Hier halten wir noch. Zehn. Noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Schweren. Drei. Zwei. Sonderkoppeln. Hoch. Und tief. Vier. Drei. Zwei. Halten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Fünf. Vier. Drei. Drei. Und tief. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. H confi. Vier. Drei. Zwei. Zied. Drei. Zwei. Drei. Halten. Fünf. Vier. Drei. Drei. Und hoch. Fünf. Drei. Drei. Sing. Fünf. Vier. 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön. Okay, super gemacht. Wir machen weiter mit dem. Ich bin einer der Muskelgruppe. Bei den Armen mit den T-Zeps. Okay? Der T-Zeps, die erste Übung, wird auch noch ein Stehen sein. Wir machen hier die Rückenlage auf, die Mathe bzw. auch das Wettbewerb. Okay? 40 Sekunden geht's los. Mach dich also stark klar. Darf jetzt weniger Gewicht sein, als wenn du ein wenig passieren kannst mit deinem Rucksack. Dann musst du am besten jetzt was raus. Wenn du mit der Hand gesteigert arbeitest, um solltest du das Gewicht jetzt etwas reduzieren. Okay? Genau. Dann an mit dem eigenen Rucksack. Einen Rucksack. Wir packen hier. Genau. Okay? Und die vorne kommen. So, okay. Und dein Rucksack. Über die Rucks. Jawohl. Und jetzt kommt es zu langsam. Mit dem Rucksack. Hier für die Rucksack. Tief. Und wieder noch Probe hoch. Und tief. Und hoch. Jawohl. So ist das richtig. 1, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 4. 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, und tief. 5, 4, 3, 2, und tief. 5, 4, 3, 2, und tief. In einer Hand jetzt. Zieh den Arm nach oben. Wir schieben nur die Hand nach hinten weg. Stecken und beugeln. Jawohl, weg. Und jetzt zurück. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, und ran. 4, 3, 2, und hoch. 4, 3, 2, und zurück. 4, 3, 2, und hoch. 4, 3, 2, zurück. 4, 3, 2, und hoch. Und wir wechseln die Hand. Sehr schön. Und los. Hoch. 4, 3, 2, zurück. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 6 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 18 18 19 20 20 20 20 20 22 23 23 23 25 25 25 25 26 25 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Start in Wolchi, Wolchi, Wolchi Ja, in den Beat Sets Wolchi, 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 Wolchi Ja, Wolchi, 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 Wolchi Halt, tief, hoch, 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 tief, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, weiter. Sieh, neun, acht, vier, sechs, fünf, vier, drei, zwei, kommt noch gut hin. Langsam hoch. Fünf, vier, drei, zwei, ein, fünf, vier, drei, zwei und sieben. Fünf, vier, drei, zwei, hoch, fünf, vier, drei, zwei, halten, fünf, vier, drei, zwei, und tief. 5, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 2, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 7, 5, 4, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 4, 3, 2, 1, jetzt hast du wenn möglich hier an entweder kleinen Gewichterungen, du machst dein Hochzeig etwas leichter und wir können jetzt im Wechsel, wenn du nur einen Hochzeig zu befinden hast, dann arbeitest du ganz einfach einarmig, okay, wir kommen in Chi, hoch, Chi, hoch, Chi, und Chi, hoch, Chi, hier, hoch, Chi, Chi, hoch, 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 Chi, hoch Und hoch, tief, 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 und fünf, vier, drei, zwei, jetzt zwei kleine Handeln, zwei kleine Handeln, zwei kleine Handeln, da war es an jeder Hand, eine, wir kommen nach oben, hoch, und drücken nach oben und raus, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Es geht auf den einen Hubschlag der oder, tief, tief, ho, ho, 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 tief, 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 ho, ho, tief, 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 ho, ho, tief, 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 ho, ho, tief, 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 acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei, wenn wir jetzt oben werden. Jawohl, wir machen die Schuhe, wir kommen mit dem Gang. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, zwei, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wir kommen nach vorne und kommen nach vorne und kommen nach vorne. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Jawohl, komm. Hoh, Tee, 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 H Kiep, hoch, hoch, tief, 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 hoch, tief, tief. Und hoch, hoch, tief, tief. Jawohl, reichen wir durch. Kiep, tief, hoch, hoch, tief. Sehen, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, neun, zwei, drei, und die... Wir halten hier hoch, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, komm noch runter, sechs, fliegt das ein, bleiben noch vorne. Wir armen hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hör hoch, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Sehr schön, komm, und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, bleiben noch mehr, alle drücken wieder, komm, komm, jo, komm. Zehn, neun, acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei, und zwei. Jawohl, okay, super gemacht, wir haben jetzt noch einen Bock, wow, und da werden wir nur ein Lied haben, macht jetzt eine Übung mit einem Lied, und der mich kennt, der weiß jetzt schon, was kommt. Wir legen die Rückenlage auf der Matte. Zack, die Übung sind so los. Die Übung sind so los, Wartreise hier, beide Hände rum in den Gesäß, Füße sind wieder hoch, wir kommen nach oben hoch, gehen dann wieder tief, das ist die Möglichkeit Nummer 1. Boah, wenn sie noch hoch kommt, so tief kommt, der Hälfte eigentlich gehen oben, ist dann wieder hoch und wechselt, das ist die Möglichkeit Nummer 2, Das ist etwas für die Leute, die etwas mit dem Rücken vielleicht seinen Anlagen haben. Okay, ein Lied. Ihr werdet immer Up und Down hören und dementsprechend müsst ihr hoch oder tief kommen. Ich werde es aber auch immer noch mal ansagen. Es gibt dann immer mal, ich glaube insgesamt, so das vier Stellen, wo wir einfach viel länger unten bleiben müssen und halten. Also ihr werdet immer hoch, tief und halten, halten, halten. Gut, los geht's, ich starte die Musik. Zack. Ab in die Rückenlage. So. Okay. Los geht's, wir kommen mit den beiden hoch, tief, halten und hoch, tief. Ja, halten. Jawohl. Ho. Tief, halten. Ja, komm. Und hoch. Tief, halten. Ja, komm. Und hoch. Tief, halten. quadra und hoch. Tief. Halten. Hö. Tief. Und hoch. Tief. Halten. Und hoch, tief. Halt, tief, halten, hoch, tief, halten, und hoch, tief, halten, noch, komm, hoch, tief, halten, ach so, überbundiert, halten, halten, und hoch, hoch, tief, halten, hoch, tief, halten, sehr schön, hoch, tief, halten, komm, halten, weiter, hoch, tief, durchhalten, weiter geht's, komm, halten, 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 ja, und hoch, tief, halten, und hoch, tief, halten, halten, sehr schön, hoch, tief, halten, hoch, tief, halten, hoch, tief, halten, und hoch, tief, halten, hoch, tief, halten, ja, und hoch, tief, halten, ja, und hoch, tief, halten, ja, und die Leer hoch, hoch, tief, halten, hoch, tief, halten, ja, und Zeit, jawohl, sehr gut, damit habt ihr es schon wieder geschafft, es kommt schon wieder die Spannungsmusik, also alles wichtig gemacht, vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, das soll mega gut werden, also bis bald, ciao!